Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es um ein paar, zwei um genau zu sein, zwei kleine Möglichkeiten wie ihr eure Backpropagation nochmal schneller machen könnt. Zwei haben wir schon besprochen, zwei kommen nochmal heute. Okay, das erste wäre hier die Lernphase. Okay, wir haben hier also unsere Delta WIJ, das wäre das hier, haben wir schon länger und ausführlich besprochen. Und im Grunde steht hier nichts anderes als Lernrate mal irgendein Delta, also klein geschrieben, Delta, das hatten wir Delta genannt in unserer Formel, mal noch irgendwelche anderen Faktoren hier. So, wenn man das jetzt irgendwie so betrachtet, dann ist vor allem die Ableitung von unserer Sigmoid-Funktion bzw. von unserem Softmax, je nachdem was wir benutzen, daran schuld, wie schnell oder langsam das Ganze vonstatten geht. Nämlich, wenn die Ableitung klein ist, dann ist auch insgesamt unsere Lernrate besonders klein, weil das ist ja alles bloß irgendwie aufmultipliziert. Und wenn irgendwas davon klein ist, ist das Ganze auch klein. Wir wollen natürlich, dass unsere Gewichtsänderung nicht zu klein wird, denn wenn die zu klein wird, dann haben wir irgendwann mal das Problem, dass wir sozusagen gar nichts lernen. Das heißt, wir machen eine Milliarde Durchläufe und sind damit immer noch nicht wirklich vom Fleck gekommen. Okay, schauen wir uns das Ganze nochmal an. Das hier ist das Richtige. Okay, wir haben hier die Sigmoid-Funktion, also das hier wäre die Sigmoid-Funktion und übrigens Sigmoid wegen S und so, ne? Hier, wunderbar. Okay, wir haben hier die Sigmoid-Funktion, das hier, nein, das ist nicht 0, egal, aber es war 0,5. Ja, ich kriege diesen schwarzen, wunderschönen Streifen mal wieder nicht weg. Wunderbares Programm, ich kann es nur empfehlen. Ähm, genau. Okay, wo war ich? Also das hier ist die Sigmoid-Funktion und wie wir sehen können, die Ableitung von unserer Sigmoid-Funktion ist die Steigung von unserer Sigmoid-Funktion. Das heißt, wo steigt denn unsere Sigmoid-Funktion sehr schnell? Naja, hier. Wo steigt unsere Sigmoid-Funktion relativ langsam? An den Rändern. Das heißt, wir haben ungefähr ein Problem ab hier, oh, das war in weiß, ähm, ab hier und ab hier. Das heißt, alles, was in dem Bereich hier ist und alles, was in dem Bereich hier ist, da lernen wir quasi gar nicht. Das ist nicht so geil, weil, ja, wir lernen fast nicht. Also, wenn die Ableitung klein ist, dann ist auch unsere Gewichtsänderung klein und das heißt, wir lernen kaum was, wenn wir nicht hier in diesem kleinen, mittleren Teil sind. Naja gut, wie kriegen wir die Ableitung denn größer? Ganz einfach, wir packen ein Offset drauf. Also, wir packen tatsächlich auf unsere Ableitung einfach ein Offset drauf. Wir sagen sowas wie, also das könnt ihr einfach in eure Rechnung einfügen, die ich euch die letzten paar hundert Male gezeigt habe. f' Oh, das sollte natürlich nicht klein sein, das ist ganz wichtig, also muss es groß sein. f' von x, es wäre theoretisch phi, aber ich kann hier kein phi schreiben, also f'. f' von x war bislang einfach f' von x, logischerweise. Das habe ich euch gezeigt, wie die Ableitung geht. Und jetzt machen wir daraus ein f' Stern von x. Das ist sozusagen unsere neue Ableitung, die überschreibt einfach die alte Ableitung und ist die alte Ableitung plus irgendeine Konstante, wie zum Beispiel 42. Also, sagen wir plus 42. Dann lernen wir verdammt schnell, wenn wir hier 42 drauf addieren, vielleicht sollten wir das ein bisschen kleiner machen, sagen wir 2. Das heißt, unsere Ableitung ist einfach um 2 permanent größer. Das heißt, die steigt einfach ein bisschen schneller. Und wir haben am Ende nicht mehr, schon wieder falsch, sag mal. Wir haben am Ende, oh, das ist aber echt ein Gekritzel heute. Wir haben nicht sowas hier, sondern wir haben etwa sowas hier. Wir zeichnen, okay, mit viel Fantasie kann man es erkennen. Wir haben hier einfach überall alles ein bisschen steiler. Hier vielleicht auch noch so ein bisschen in die Richtung. Also, wir haben einfach alles versteilt hier bei der Ableitung. Das ist natürlich jetzt keine Sigmoid-Funktion mehr, aber man kann es trotzdem relativ leicht benutzen. Und ja, wir haben hier eine größere Ableitung an den Rändern. Das heißt, wir lernen schneller. Es konvergiert also vor allem bei nicht-linearen Problemen schneller, aber teilweise haben wir eine schnellere, äh, eine schlechtere Generalisierung. Das heißt, unsere Daten sind schlechter auf den echten Testdaten. Besser auf den Trainingsdaten, aber schlechter auf den Testdaten. Wie wir zu diesen Test- und Trainingsdaten kommen, habe ich euch ja schon 100 Mal gesagt. Okay, also, ähm, ja, genießt das Ganze vielleicht mit Vorsicht. Aber wenn es wirklich gar nicht konvergieren will und wenn ihr es einfach 100.000 Mal trainieren müsstet, dann, ähm, könnt ihr auch einfach so ein Offset drauf addieren. Das wäre das eine, was ich euch zeigen wollte. Das zweite ist die Initialisierung von unseren Gewichten. Also, wie initialisieren wir unsere Gewichte am Anfang? Am Anfang müssen wir die ja irgendwie für unsere Backpropagation, damit wir das Netz überhaupt benutzen können, irgendwie initialisieren. Null ist scheiße. Äh, Entschuldigung. Null ist nicht so geil, weil wir haben ja hier diese W-Null, wenn da einfach alles Null ist, dann kommt hier ein Null raus, dann rechnen wir viel von Null aus und das wäre irgendwie relativ unspannend. Da passiert recht wenig, denn dann haben wir für alle Neuronen hier dasselbe, egal was für einen Inputvektor wir hier haben, da kommt einfach immer dasselbe raus. Und das ist ein bisschen Rumprobiererei. Was man aber machen kann, ist, man weist zufällig Gewichte zu. Und dieses zufällig sollte vielleicht nicht zwischen minus 1 Milliarde und 42 sein, sondern am besten nimmt man die Gewichte zwischen 0,3 und minus 0,3. Ja, wie gesagt, perfekt zufällig, also nicht perfekt zufällig, aber zufällig wählen, ähm, jedes Gewicht neu zufällig wählen, also nicht jedem Gewicht denselben Wert geben, sondern einfach zufällig für jedes Gewicht einen Wert zwischen minus 0,3 und 0,3 ziehen. Dann habt ihr eigentlich eine vernünftige Initialisierung und, ähm, die Ableitung, wenn wir uns das Ganze nochmal angucken, schon wieder falsch, ich hab's heute nicht drauf. Okay, die Ableitung bei der stinknormalen Sigmoid-Funktion, nicht bei der hier, bei der hier, ähm, zwischen 0,3 und minus 0,3 wäre ungefähr hier so zwischendrin. Also, auf jeden Fall haben wir in diesem Bereich hier eine hohe Ableitung. Das heißt, wir sind recht gut dabei eigentlich. Und deswegen zwischen minus 0,3 und 0,3 wählen, weil dann habt ihr eine hohe Ableitung, sprich, ihr habt am Anfang was relativ schnelles, was ihr relativ schnell lernen könnt und eigentlich ganz gut seid. Okay. Ja, das waren eigentlich so die letzten zwei Speed-Up-Optionen, die ich für euch parat hatte. Nächstes Mal geht's um Overfitting, ein bisschen zumindest. Und ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Like nicht vergessen, subscribe sowieso nicht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.